The Frankfurter Late Night. Es geht um Buddy Positivity. Ich spreche mit Laura Karadek, Payman Amin, Sandra Wurster und Rolf Schmier. Das ist ein Begriff, der durch die Medien hoch und runter geht. Das ist eine Selbstdarstellung, das ist eine fiktive Welt, das ist eine Fassade, die da entstanden ist. Und diese Fassade kann gefährlich enden. Ich möchte nicht die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich mich nicht optimiere. Es ist traurig, dass es mutig ist. Anscheinend ist man selbst zu sein. Wer sich viel um den Körper kümmert, sollte sich auch mal um seine Seele kümmern.